Hallo, wunderschönen. Wie geht es? Ja, bestens. Wir haben gerade Opi Peter kennengelernt. Oh, okay. Nicht erschrecken, der ist halt Sinn je im Morgen, kann er sich wieder nicht dran erinnern. Ja, und er hat gemöffelt. Äh, das ist auch so eine Sache, die hat er seit seinem letzten Schlaganfall. Sein Katheter war voll. Das ist eklig, weil der läuft dann immer so über. Aber dann weiß ich, dass das Bett neu bezogen werden muss. Manchmal ist das so. Ach, wir hatten die Vermutung, er würde vielleicht im naheliegenden Altersheim gepflegt werden, nur hin und wieder zu euch bekommen. Oh, der bekommt ja immer die falschen Tabletten, das ist schwierig. Ja, der macht jetzt lieber selber. Und das auf jeden Fall. Sehr, sehr gute Entscheidung. Es ist zwar auch sehr viel Arbeit, aber er ist dankbar jeden Tag wieder, weil er sich nicht daran erinnern kann, dass er am Vortag schon dankbar sein muss oder soll. Er ist heute ein sehr dankbarer Mensch. Manchmal ist er auch fünfmal am Tag dankbar. Ansonsten hier alles ruhig gewesen? Ja, ich und Mark von vorhin kurz oben im Norden bei der Party. Ah, nee, hatte ich gesehen. Wo ich aber ehrlich sagen muss, hätte ich die geplant, wäre es wahrscheinlich besser geworden. Oh, okay. War relativ wenig los in meinen Augen und auch wenig Möglichkeiten. Ein Boxding, dann der Foodtruck und dann war er aber auch schon aufgeräumt. Okay, ganz kurz, könntet ihr gerade sehen, welche Farbe der Jogula hatte, der da vorne war? Ja, dunkelgrau. Dunkelgrau. Schwarz getönte Scheiben. Mhm, ich habe schon so eine Vermutung. Ich habe den Peter gesagt, er soll von sie schöne Grüße ausrichten, um kurz vor zwei Kater vorbeikommen. Okay. Ware ab Boden. Okay. Weh, ansonsten bin ich auf jeden Fall heute auch noch ein bisschen da. Klappt das denn wieder? Ich hatte gehört, da gab es so Probleme mit dem Türschloss und so. Ja, anscheinend musste es eine Erschütterung gegeben haben. Dann war ein Möbelstück vor der Tür und deswegen konnten wir die Türe nicht öffnen. Über das Fenster reihe, wieder zurechtgerückt und seither funktioniert es wieder. Okay. Dass wir reinkommen. Das ist ja gut nicht, dass das Schloss am Ende komplett hätte ausgetauscht werden müssen und so. Das ist ja immer ein Riesenakt. Ja, und dann muss man warten, bis der Schlüsseldienst Zeit hat. Das kann dann auch wieder den einen oder anderen Tag dauern. Weh. Gefühlt haben wir die eine Warteliste von bestimmt drei Monaten. Und vor allem der Schlüsseldienst war beim Baumarkt drinnen, also bei den Bauunternehmen. Und dadurch, dass es das nicht mehr gibt, könnte es vielleicht noch länger dauern. Ja. Okay, dann sind die drei Monate einfach nur eine Ausrede. In der Hoffnung, dass die Leute es vergessen. Ja, so in die Richtung. Schon wieder ein wenig. Ne. Ach. Ah, das sind unsere Leute. Weh, bin unterwegs. Salut. Dominik, was hast du jetzt angestellt? Wen hast du verprügelt oder dich verprügeln lassen? Nix. 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 Wirklich nix. Okay. Ich war richtig brav. Ich bin jetzt richtig braver Zivilist. Das ist gut zu hören. Ich habe wieder gearbeitet. Hier, schau. Ah, weh. Oh. Das ist ordentlich. Okay. Ich war fleißig. Einzeln will ich das jetzt nicht rausholen. Ne, alles gut. Ich bin nicht gut im Kopfrechner, deswegen runde ich. So. Bitteschön. Danke. Oh, endlich wieder flüssig. Wieso konntest du nicht mehr tanken? Hm, vielleicht. Oh. Das ist schwierig. Nein. Ja, das stimmt, ja. Für zwei Tankfüllungen sollte es reichen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Nee. Ansonsten gab es da nochmal Stress? Nee, null. Okay, perfekt. Ich habe mich einfach entschuldigt und fertig. Das ist gut. Meistens ist das auch wirklich das Einfachste. Ich weiß auch nicht. Aber das, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Aber es waren wirklich Schmerzen. Ich wollte gar keinen Ärger. Ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So habe ich dich auch nicht eingeschätzt. Aber ich glaube, die sind auch so ein bisschen auf Krawall gebürstet gewesen. Ja, waren sie auch. Äh, Menschen. Ich hasse sie. Steine sind okay. Lieber Tiere als Mensch. Auf jeden Fall. Besonders Katzen. Die sind zwar hinterfotzig, aber irgendwann kommen sie an zum Schmusen. Ja, so ist es. Wie der Mensch eigentlich. Oui. Oui. Ja, oder nicht? Ja, doch. Auf jeden Fall. Alter, schau, wie cool. Da steht der Spaghetti-Kopf, Mann. Oui. Yo. Ach, er ist schon wirklich ein guter. Er ist so schön. Er ist der schönste Mann auf diesem RP-Server. Auf den dieser Stadt. No, da muss ich intervenieren. Ach, jetzt mal mit deinem LX. Es ist einfach so. Ja. So, Dominik, hau aus. Ich wollte mit euch nochmal sprechen und auf das Angebot zurückkommen. Mhm. Ich habe vor, länger hier zu bleiben und viel Zeit zu investieren. Okay. Aber nicht als Zivilist. Okay. Das ist einfach zu langweilig. Ich will eine Familie. Ich will Leidenschaft und ich will Spaß haben. Aber als Zivilist ist das alles ein bisschen schwierig. Aber hier kann ich verstehen. Lass mich mal ganz kurz gucken, weil ich glaube, unsere Ubrigkeiten sind nämlich alle nicht mehr da. Dominik, ich sage dir eins, ne? Du kommst ja wahrscheinlich so wie Juan von der Straße, ne? Crips habe ich mal. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr da immer unternommen habt. Aber das Ganze ist hier ein bisschen ernster. Und außerdem sind wir auch ein... Das heißt, ah, ich weiß, du kannst dich benehmen, aber manchmal müssen wir halt besonders drauf achten. Auch ich, weil ich komme genauso 110% von der Straße. Ja. Und zweitens ist halt, du darfst nicht erwarten, dass jeden Tag hier ein Dick-Halli-Galli ist. Jetzt gerade ist bei uns eh eine Sondersituation, weil wir halt übelst viel sammeln und herstellen müssen. Ja. Das flacht sich aber auch irgendwann ab und dann scheppern wir auch mal irgendwo rein oder machen mal irgendwie wieder fiese Metentchen mit irgendwelchen Familien oder so. Das ist kein Problem. Aber du darfst nicht erwarten, dass jeden Tag immer 110% Action ist. Das ist einfach ein Fakt. Weil das ist hier generell in dem Staat einfach ein bisschen anders gestrickt und ernster. wie vielleicht irgendwo anders. Also wir haben, sagen wir mal so, mit unserer Familie, wir sind wirklich durch alle Höhen und Tiefen gegangen, die man sich so vorstellen kann. Wir sind von ganz oben nach ganz unten. Und dort waren wir auch lange, sowohl intern wie extern. Und haben uns dann einmal komplett neu aufgestellt und neu organisiert. Und ich kann dir auf jeden Fall den Vorschlag machen, wenn morgen die anderen auch da sind, dass du dein Anliegen nochmal vor der gesamten Familie anbringst. Ja. Allerdings, und da bin ich ganz ehrlich mit dir, haben wir, wir müssen demnächst schon fast mit einer Warteliste arbeiten. So doof das jetzt klingt. Ja, ja, ja. Aber die Chance würde ich dir auf jeden Fall geben. Ja, perfekt. Hört sich gut an. Mhm. Und ansonsten, man weiß ja nie, wie sich das alles am Ende so ausgeht. Wir haben auch Personen, die zum Beispiel gesagt haben, wie, so hundertprozentig stehe ich halt nicht hinter dieser, wir definieren uns ja selber als Mafia. Und zu hundertprozentig stehe ich da zum Beispiel nicht hinter, sondern nur zu 90 Prozent. Und diese Personen, die sind dann halt kein vollständiges Mitglied, sondern Freund der Familie. Ja. Und laufen dann halt mit, dürfen halt bei Gefechten etc. dann nicht mitmachen. Aber vielleicht wäre das am Ende auch eine Möglichkeit. Aber das kann ich halt selber nicht entscheiden. Ja, nee, klar. Und ansonsten merkst du ja von den Leuten, wir haben Spaß, Mann. Ja, natürlich. Ja, klürlich haben wir Spaß, Mann. Nein, aber ich verstehe auch. Und die Schleppereien gibt's auch. Mhm. Aber ich muss zum Beispiel nicht jeden Tag Stress haben. Mir geht's um die Familie eigentlich nur, ich bin absoluter Familienmensch, sagen wir so. Und das feier ich einfach. Das ist 110 Prozent. Ich weiß das. Die Freundin hat auch schon für dich gebürgt und ich würde für dich auch bürgen. Ich hab bei solchen Leuten wie dir, hab ich so... Es kann zwar schief gehen, aber ich denke so, ich hab ein Glas voll Crack. Ich hab ein Glas voll Crack. Und das ist einfach geil. Okay. Also... Wenn ich diese Chance bekomme, werde ich euch auf jeden Fall nicht enttäuschen. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Ey, aber du mir eingefallen. Lass dir dein scheiß Tattoo im Gesicht wegläsern. Solche Tattoos kann ich gar nicht feiern. Du kannst dir gerne dein Gesicht so voll ballern wie ich's. Warte mal. Ich zeig dir mal die volle Mürbe. Okay, sorry. Das ist geile Scheiße. Oh mein Gott, ja, du bist einfach geil. Okay. Okay, mach ich, mach ich. Also von meiner Seite ein Tipp. Mach dir mal Gedanken, welchen Vorteil du uns bringen könntest. Das ist nämlich das, worauf wir am Ende auch achten. Also bist du eher ein kreativer Kopf? Bist du ein guter Schütze? Bist du ein guter Beobachter? Bist du gut in Informationssammlungen? Egal was. Kannst du gut mit Gangs? Bist du organisatorisches Talent? Wie würdest du mich denn einschätzen? Kannst du gut... Wäre jetzt ich oder er? Ey, Spaghetti-Kopf. Ein Zeuschnupfen-Allergiker schätzt er dich ein. Oh yeah. Ist nur blöd, wenn man gerade eine Nase voll Koks hat. Ja, das stimmt. Der Disco-Schnupfen. Ich glaube, du bist... Erstmal bist du jemand, der grundlegend mit jeder einzelnen Person klagt. So. Das ist schon mal ein... Du hast auch keine Probleme, auf Leute zuzugehen. Weil wenn du von Kuren kommst, hast du hier eine Lallatte. Und das habe ich schon gemerkt. Das macht dich, glaube ich, auch so sympathisch. Weil ich liebe Kuren und ich liebe auch André. Ja, Mann. Aber ich ziehe keine Netzströme. Sie liebt mein Glas voll Crack. Sie liebt mein Glas voll Crack. Mal gucken. Vielleicht hole ich nochmal die Strumpfhose raus. Aber ich denke nicht. Oh. Oh yeah. Oh, die Netzstrumpfhose. Ach so. Ich gehe auch davon aus, dass du ein Mittel- bis sehr guter Schütze bist. Ja, Mittel trifft. Nochmal, wenn du mit Juan unterwegs warst, dann ist da so ein gewisses Grundding zum... Kurze Frage. Warst du denn bei den Crips mit bei... Oder... Oder woher kennt ihr euch? Also nicht... Ja, wer kennt... Man kennt sich. Ach, du nicht. Ach so. Ich dachte... Nein, 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 nein. Auf jeden Fall denke ich auch, du hast schon mehrere... Du hast schon mehrere Jahre Erfahrung in solchen Staaten, weißt du also, wie sowas ja alles tickt. Ich denke auch. Na, siehs. Wir sind halt ein Haufen von kreativen Köpfen. Und ich denke, du bist genauso, wie du gesagt hast... Ja, und genauso, wie du gesagt hast, du bist ein loyales Arschloch. Und du kannst dich auch runterfügen und alles für die Familie. Also ich sag schon mal... Ich sag schon mal eine Sache. Ich weiß nicht, was Juan erzählt hat. Ich kenne ihn. Ich hab ihn kennengelernt. Durch Tyler. Ich hab mit Tyler... Ach so, Tyler war mit ihm an den Crips, oder was? Ach, Tyler. Ja, ich glaub schon. Also Tyler kennt ihn auf jeden Fall sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich hab ihn dadurch kennengelernt. Ich... Das ist mein erster Start. Ah, wirklich? Wirklich. Ah, ach so. Also ein Frischling. Ja, und deswegen hab ich gesagt... Ja, das macht's ja ganz noch besser. Dann kann man ihn ja noch formen und polieren. Oh, ein Diamant zum Schleifen. Oh mein Gott. Und das in diesem französischen Dialekt. Okay, wir nehmen ihn nicht. Das ist mir unangenehm, wenn er das tut. Okay, ich mach's nicht mehr. Alles gut. Nee, aber das meine ich. Genau deswegen bin ich frisch und richtig motiviert. Und hab richtig Bock, länger das zu machen. Als Leute, die schon fünf, sechs Jahre in den Start sind und einfach schon langsam keinen Bock mehr haben. Also, wie schon gesagt, wir haben halt aktuell wirklich das Problem, dass wir sehr genau aussuchen müssen. Ja. Und da will ich dir ja auch gar nicht irgendwie jetzt Hoffnungen bereiten, ohne dass die Hoffnung bestätigt. Ah, okay. Deswegen, das ist halt alles auch für uns aktuell eine relativ schwierige Situation. Ja. Nein, verständlich. Aber man weiß halt nie, was die Zeit so bringt. Nee, eben. So ist es. Okay. Okay. Ich denke, dass morgen wahrscheinlich so gegen halb neun spätestens alle so beisammen sind. Dann meldest du dich am besten bei mir, bei Angel oder bei Juan. Und dann können wir bestimmt da einen Zeitpunkt finden, wo wir uns mal gesammelt dann zusammensetzen und so. Ja, sehr gut, sehr gut. Das hört sich gut an. Ich kann nur nicht versprechen, dass es morgen klappt, aber... Oui, ansonsten auch übermorgen. Also, da ist ja kein Stress hinter. Ja, ja, eben. Okay. Aber es klappt auf jeden Fall. Perfekt. Danke für eure Zeit. Oh, nicht dafür. Ich will noch ne Kopfnuss. Ich will ne Kopfnuss, sonst gehe ich nicht. Ja. Bipp ihm die Kopfnuss. Oh, Junge. Ich geh mal beiseite. Hast du eingeschlafen, oder? Schlackernfall. Ich glaube, er hat echt einen Schlackernfall. Oh, Junge. Er hat sich nur besonders konzentriert, damit es extra schön wird. Ja, bleib nochmal hier. Aber ich brauche noch mal eine Minute für mich, aber bleib nochmal hier stehen. Was? Ja. Sage, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte auch nicht damit gerechnet, gerade hier, dass wir doch so beliebt sind, weil meistens bekommen wir eher so die Resonanz. Keiner mag uns. Weil wir halt anders sind. Weil wir doch mega coole Leute seid. Wir sind halt anders. Ja, richtig. Und genau dieses Anders bin ich auch. Wir versuchen halt jedem, der... Das hört sich jetzt ganz böse an, aber jedem, der es wert ist, halt einen Platz zu geben. Ja, ja. Nein, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Und das ist richtig so. Vor allem, komm mal mit, Nicole. Ich muss dir auch ganz kurz was sagen. Okay. Dieser Spaghetti-Kopf. Ich habe ihm davor 900 Schießpulver gegeben und ich wurde noch nicht gezahlt. Aber pscht. Dann sag doch was, dann kriegst du das. Nein, 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 nein. Nein, das bleibt unser Geheimnis. Ich will das von ihm. Ah, okay. Aber er hat keinen Konto zugriff. Ah, dann habe ich das deswegen wahrscheinlich nicht bekommen. Wee, das könnte gut sein, weil... Das erklärt einiges. Die Kontozugriffe sind halt mit den... Verstehst du bestimmt mit den Rängen und so verbunden. Wee, wee, wee. Weil du warst doch dabei. Weißt du nicht mehr? Das war auch hier bei Kupfer, wo du keinen Platz mehr im Rucksack hattest. Wee, ja. Ja. Okay. Warte, aber dann... bekommst du... Das noch. Du bist die Beste. Ich weiß. Kriege ich jeden Tag zu hören. Jetzt muss ich zur Bank, weil ich habe kein Geld mehr. Wee. Hey, vielen Dank für eure Zeit, okay? Ja, nicht dafür. Wenn noch mal was sein sollte oder so, melde dich sehr gerne. Wir sind auf jeden Fall da. Oder auch, wenn es Probleme gibt. Also, das vielleicht noch mal, wenn hier irgendwas auf der Route passieren sollte oder so, dann sind wir auf jeden Fall da. Da sind wir auch verpflichtet. Das ist unsere eigene Geschichte. Das klären wir. Bei anderen Sachen müssen wir immer etwas abwägen, weißt du? Ja, alles gut, passt. Das war davor auch nur... Okay. Oh, ja! Da habe ich heute noch Spaß. Okay. Dann? Ich wünsche euch ein Schöner. Wee. Gott. Was gibst du ihm da? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was zur Hölle hast du ihm gegeben? Schon wieder drucken? Ist ja ekelhaft. Oh mein Gott. Entschuldigung, da kam mir gerade mein Mittagessen hoch. Oh wow. Ich will ihn, Alter. Ich stelle Bedingungen sogar, um ihn zu holen, ey. Nee, aber da müssen wir, wie schon gesagt, wirklich auf die anderen warten. Das können wir nicht einfach so entscheiden. Das ist ja kein Problem. Ist das bei Alex eigentlich so ein Ding, dass Montag Leute kommen, die er schon kennt und die er eigentlich drinne haben? Das kann ich dir in einer ruhigen Minute erzählen. Ja, das ist nämlich dann stressig, Mann, weil ich... Das ist schon so ein unbewegbares Ding. Sagen wir so, da ist im Hintergrund in der oberen Ebene gerade ein bisschen was zu klären. Oh nee, ne? Hey, ich lasse euch jetzt hier, du. Ich bin weg. Wee, alles gut. Nein, ich brauche dich doch. Äh, wee, dann gehe ich schon mal sammeln. Okay, danke. Dir noch einen schönen Abend. Wee. Wünsche ich dir auch. Der hat wirklich Bock auf uns. Der Dominik. Ja, können wir mal drüber reden dann. Der Zivi, der über Ruang kam. Also hat er jetzt so durch die Blume erzählt. Das ist sein erster Server und so. Und der hat richtig Bock bei uns mitzumachen, wo Juan aber gesagt hat, nee, nehmt ihr mal das vor, der Chaos-Typ. Ähm, aber der ist gerade schon dabei, alles so ein bisschen zu switchen und so, dass er nicht mehr so chaotisch ist und halt bei uns reinpasst und alles, der hat richtig Bock. Aber mehr als dass ich ihm den Vorstück mache, dass er sich morgen bei uns mal vorstellt und so, also den offiziellen Weg einhält, kann ich halt erstmal nicht machen. Aber er wäre zum Beispiel auch damit erstmal fein abzuwarten und sich als Freund der Familie zu beweisen. Danke für die Erinnerung. Wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, ihn erstmal so ein bisschen reinzukriegen. Oder wie würde man in Österreich sagen, pressen und soffen nicht vergessen? Wie viel hast du getrunken? Ja, wenn es wirklich nicht geht, dann nimm noch einen. Also ich glaube maximal, maximal fünf darfst du am Tag, glaube ich. Und wenn die letzte nicht erst eine Stunde her ist und davon gehe ich gerade nicht aus. Und du bist doch so ein Papi, der sich um alle kümmert, richtig? Ja, liebend, gerne. Hm, finde ich gut. Sind die jetzt einfach mit dem Heli abgezogen, die Schweine? Ja, sie hätten ruhig das Bike nehmen können, dann hättest du den Heli für dich alleine gehabt. Äh, wey, das Problem ist bloß, ich bin wahnsinnig aus der Übung, was Fliegen angeht. Also starten und landen bekomme ich hin, alles andere ist schwierig. Wobei landen auch schon schwierig ist. Ja, ich glaube schon, dass du zumindest besser fliegen kannst als ich. Ja, da wäre ich nicht so sicher. Ich kann kaum gerade ausfahren. Und dann das Ganze noch dreidimensional mit einem Helikopter? Ich denke nicht, no. Ah, Nicole? Mhm. Äh, von euch ist anscheinend gerade ein Heli bei Schießpulver abgestürzt. Abgestürzt? Ja, meinst du gerade. Angräfe, Nicole? Oh, fuck. Äh, ich bin mal ganz kurz drüber. Mark hat's mir, äh, ja, Mark hat's mir gerade durchgefunkt. Äh, wey, ich fahr mal eben rüber. Angräfe, Nicole? Was? Äh, fällt vom Kopfschmerzen, oder meinst du das? Was? Er fällt vom Kopfschmerzen? Oh, don't. Oh. Oh, wow. Oh, wow. Irgendwo muss er runterkommen. Äh, wahrscheinlich. Er war mit, äh, er war mit, äh, Dominic unterwegs, deswegen. Boah, ich fühl mich gerade, als wären wir im Gefängnis und ich besuche euch. Boah, Besuchzeit, Bände. Ja, wie. Geist. Äh. Hm. No, er war nämlich gerade noch mit Dominic unterwegs. Und dann hatte mir der, äh, Sir Lancelot drüber nämlich gesagt, dass, äh, hier gerade sein Funkspruch durchgegangen ist. Oh. Mit dem, dass einer abgestürzt ist. Hm. Er wird wieder todtraurig sein, dass der Biene tot ist. Boah, aber. Das ist... Boah. Was soll man dazu jetzt sagen, ne? Wee, da sagst du nix. Hm. Boah, warte mit, bis man irgendwo rauf will, oder? Wee, ich, äh, warte hier eben und beobachte mal die Karte wegen dem, äh, GPS. Dann kann ich ihn gleich ja gern vor einsammeln. Du bist doch ganz schön schlau. Wie geht es dir denn, ähm, Ui? Ui? Wieso war ich mein Ui? Ui, dann ein... 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 No, du bist aber nicht der Ziegenbieter. Nein, nicht der Bieter, äh. Hinterlaufen, Ziegenbieter. Äh, vom Bieter, vom Ziegenbieter. Ich hab einen Punkt gesehen. Auf der Karte von GPS. Habe. Halt noch dazu. Hey, kann das durch? Anrege ich dir. Herr Karte, Kopfschmerzen. Er hat Kopfschmerzen gehabt. Wer bist du? Anhel. Er ist Anhel. Unheilig. Hm? Oder bist du unheilig? Okay, ich verstehe dich nicht. Schein heilig, schein heilig sozusagen. Schein heilig ist er, oder? Ich sehe gar keinen heiligen Schein über deinem Kopf. Oh, ich versuche es nicht heilig. Hm. Okay, aber scheint ein allgemeines Problem gewesen zu sein, oder? Alter, die Probleme hat auch schon kommen. Unfassbar. Wo ist Dominik? Habt ihr Dominik gefunden? Weil ich hatte hier Migräneanfall im Flugzeug. Also im... Der Helikopter war leer. Ach, das ist... Wie, migränebedingte Absturz. Ja, okay, ist aber auch gerade nicht erreichbar. Also, das war wahrscheinlich wir beide. Dann fliegt er da aber auch gleich vom Himmel, so wie ich. Ach so. Ne, jetzt hab ich ihn verwechselt. Wer war das? Das ist der Peter. Peter, der da läuft. Ach so, ne. No, das ist Anhel. Weil der Opa ist Peter. Peter. Ach so. Wie heißt der? Anhel. Also, geschrieben wie Angel. Angel Hernandez. Oui, genau. Ah ja, jetzt. Oui, und er war mit einem der Zivis unterwegs in dem Helikopter, deswegen macht er sich gerade Sorgen. Oh Gott. Ja, ich hatte gerade auch Kopfschmerzen. Kurz. Deshalb. Wie, vielleicht eine Epidemie, wir wissen es nicht. Ja. Vielleicht ist es auch nur eine Faulheit, dass man den Müll nicht austrockt. Genau das wird es sein. Ja, das hab ich dem anderen auch schon gesagt. Er muss auch meinen Müll austrocknen. Ich muss mal weitermachen hier. Äh, oui, mach das. Ah, trage deinen Müll raus. Was machen wir noch? Ich fahre noch mal rüber. Äh, kurz vorher bei den Banken vorbei. Ich habe... Wo ist der Geld? Äh, gerade ein Problem. Viele haben ein Problem. Hallo. Salut. Was war jetzt... Das waren zwei Mädels von der LCN, die brauchten 5000 Schuss. Okay. Und, äh, und dann schnell. Habe ich gesagt, okay, machen wir jetzt mal schnell. Äh, okay, dann haben wir wahrscheinlich unten nicht mehr genügend, ne? Äh, unten sind noch über 5000, aber das ist ja egal. Äh, was machen wir jetzt mit dem Geld? Ich überweise dir das und wir holen das von der Bank? Äh, oder wie? Dann, dann überweist mir das, dann kann ich das an dem Bankautomaten direkt einmal einzahlen. Das war ja richtig, ne? 5000 war 25, ne? Na, alle haben... Weh, 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 passt. Ich trag das noch schnell. Weh, warum kommen die um diese Uhrzeit? Weil die Krieg haben. Ah, mit wem? Ja, ich denke mal, entweder mit Dark Syndicate oder immer noch mit den Häschen, ne? Wegen den Routen und so. Nee, aber die, sie haben doch gar keine Routen mehr. Sie hatten Meth und LSD und beides ist weg. Das haben uns ja vorhin die Häschen erzählt. Also gibt es doch eigentlich gar kein Interesse mehr. Ja, aber ich denke mal, dass das... Also, die Route haben sie zwar verloren, aber ich denke mal, dass das Ganze noch nicht geklärt ist, ne? Oder ob sie jetzt vielleicht nochmal versuchen, die Route wieder anzugreifen. Hm, also wenn... Die wollten sogar eigentlich 10.000 Schüsse. Okay. Aber die hatten nicht so viel Kohle. Ah, okay. Dann würde ich sagen, packen wir jemanden noch mit 10.000 wieder nach unten für solche Fälle, dass wir die dann... Falls ich nicht da bin oder von den anderen keiner da ist. Finde ich cool. So. Also, das war heute ein sehr erfolgreicher Tag. Dann haben wir 130 K gemacht. Und da wir so krasse Leute sind, haben wir selbst damit noch eine theoretische Menge von 80.000 für 862er. Na. Wir sind einfach gut. So, 5.000 wieder hier rein. Und selbst haben wir... Jetzt haben wir immer noch 63.000 für 862er liegen. Also, ich würde mal sagen, passt. Mhm. Trägst du das denn bitte um? 10.000 oben weniger, 10.000 unten mehr? Mh... Weh, ich habe jetzt erstmal die ersten... Du kannst 10.000 gar nicht tragen. Du nimmst nur 5.000 nehmen. Weh, 5.000 habe ich schon eingepackt. So, und die zweite 5.000. Ich habe mal gerade wieder ein bisschen sortiert. Nachdem die hier heute alles wieder reingelegt haben, sah das gerade da unten schon wieder aus wie Scheiße. Man kennt das. Habe ich gerade ein bisschen umsortiert. So. Äh, hast du denen jetzt was abgekauft, den CVs? Weil da stehen ja wohl ganz schön viele. Äh, erstmal nur Dominic. Die anderen haben mir das noch nicht gegeben. Mit denen hatte ich nur so gesprochen. Dann sprechen wir gleich nochmal mit denen. Wer? Dominic ist auch nicht wieder wach geworden, seit der Geschichte. No, ich glaube nicht. Ne, ist auch nicht. Sind die anderen denn noch wach? Ich ruf mal den GS an. Äh, also einer stand auf jeden Fall gerade wieder beim Schießprüfer. Jo. Kommst du wieder ins Lagerrad? Das ist... Geil, das Funkcheck. Check. Habt ihr mein Auto mitgenommen? Negativ, die sind abgeschleppt worden. Äh, okay. Jetzt um kurz vor zwei Uhr. Okay. Oh, sehr stark. Das ist... Das ist mega, Bro. Sind das eure ganze Scheiße zusammen? Oder fehlt da noch was von Mike oder von Marc oder wie auch... Das ist nur deins. Du willst mir jetzt sagen, dass du 20.000 Zeugs für uns hast. Nur deins. Das ist sein Witz. Das sind Maschinen. Und spätestens morgen kommt nochmal 10.000 nur von Mike. Ist das dein scheiß Ernst? Ihr seid so Maschinen. Oh Gott. Ja, wir lassen... Ich lasse mir noch was einfallen. Ey, ich lasse mir was einfallen für euch. Aber wir... Ja, das ist sogar sehr geil. Verdammte Scheiße. Oh Gott. Ähm. Äh. Wir kaufen es dir den gleichen Abruf an. Wenn du fertig bist, dann kommen wir auch. Oder wir sind gleich eh oben. Oh. Ey, ich danke dir. Ich muss kurz mal gucken, was der Hund macht. Äh, deswegen bin ich hingefallen, weißt du? Alles gut. Es ist... Wir haben einfach die absolute Maschine bei uns. Und sie arbeitet gerne für uns. Und das ist unfassbar schön. Auch wenn ich mich immer wieder auf den Boden der Tat haben zurückholen muss. Ja, ja, müssen wir auch. Aber das heißt, für uns beide jetzt, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Weil das ist geisteskrank. Das ist absolut geisteskrank. Die holen uns einfach zusammen... Die holen uns zusammen 40.000 Materialien. 40.000. Weißt du, wie viel ich dafür bücken muss, verdammte Scheiße? Mhm. Das ist mehr, als wir gerade im Lager haben. Wee ist es. Und damit könnten wir Kajo sofort zurückbezahlen. Wee. Scheiße, Mann. Ist das geisteskrank. Es ist... Es ist... Mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So, was lassen wir uns jetzt schönes ein? Eigentlich müssten wir denen einfach mal ein Auto kaufen oder so, verdammte Scheiße. Aber die haben ja alle ihre dicken... Wee, das ist es halt. Oder ein Heli oder so. So einen günstigen... Scheiße, Mann. Aber das können wir beide eh nicht alleine entscheiden. Das geht nicht. No, das geht nicht. Ich habe zwar die Hoheit über die Finanzen... Was wir machen können, dass wir... Warte mal... Was wir machen können... Jo, Richard, mein Bugs-Bugs. Was geht? Ja, ja, ja. Hast du doch mal was zu verkaufen, Bro? Easy, Mann. Mach das. Ganz in Ruhe, Bro. Wir sind... Wir sind noch da. Ihr... E-O-Marktum-Maschine. Hast du auch noch was zu verkaufen? Easy, da bin ich noch da. Ich bin noch mal ganz kurz... Wie viel ist das ungefähr? Daumenwert? Drücken, warten, sprechen. Hatte recht. Ja, es tut mir leid. War das jetzt besser? Ich bin noch wach. Äh, Angel, Nicole und du? Ach so, okay. Ich glaube, Fonzie kommt aber auch noch mal wieder. Ja, ja, auf den warte ich ja. Deswegen sammle ich gerade. Bist du bereit für das große... Die große Erleuchten? Weh. Warte, ich darf nicht auf der Treppe stehen. Marc-Colin hat auch noch jeweils noch mal 3.000. Also sind das dann am Ende... Was hattest du gesagt? 20 von jedem plus dann noch mal 6? Also 46? Na, also heute Abend kriegen wir jetzt auf jeden Fall 10.000 von jedem. Okay. Plus dann noch mal 3.000 von jedem. Also 26.000 zusammen. Ja, 13 von jedem und 26.000 zusammen. Wahrscheinlich ungerade Werte, logisch aber. Weh, das wird dann gerundet von mir. Weit. Und Richard habe ich auch gerade noch mal angerufen. Der sagt uns auch gleich noch mal Bescheid. Der hat bestimmt auch noch ein paar Tausend. Weil der steht schon mit mir seit heute Mittag den ganzen Tag drauf. Mhm. Und dann sammeln wir ja gerade auch noch. Mhm. Und meine Sachen habe ich gerade schon reingetan. Sehr gut. Das heißt, äh, dass wir auf jeden Fall verarbeiten müssen. Ja, lass uns das aber mal zusammen morgen besprechen. Weil Ron meinte schon irgendwas, dass wir mal am Sonntag, damit wir auch wissen, was wir verarbeiten müssen, wenn jetzt eh übers Wochenende Leute kommen und Muni bestellen. Oje. Oder vielleicht dann Samstag oder Samstagabend oder so. Je nachdem. Mal mit allen Mannen da hinfahren oder irgendwie mal gucken. Oje. Da würde ich dann auch sagen, allein nach der Geschichte heute, dass wir dann einen, äh, sozusagen als Hin- und Herfahrer nehmen, der einfach E und End lädt. Ja, das müssen wir dann aber machen, ja, mit so einem, am besten mit einem Jetski und so viel wie ertragen. Wie, dass wir sowas wie eine Lieferkette aufbauen. Und dann müssen wir das aber mit einem Rumpo, Rumpo oder Burrito und dann müssen wir aber Kolonne fahren. Oje, ich hab einen Pony, da geht das auch. Zwei dahin. Ja, siehste. Das ist ja unser Lieferwagen. Ich hab übrigens eben direkt, ich hab übrigens eben direkt nach dem Migräneanfallenen Heli-Absturz gemacht. Oje. Hab irgendwie 120, neun Millimeter bekommen oder so. Oh, schön. Ja, zwar auch ein paar Dietriche, aber ist nicht schlimm. Oje, also. Das heißt, wir können dann gleich auch nochmal rüber auf Kaio. Denker, wie fleißig sind die Eichel? Es ist unfassbar. Man könnte fast meinen, wir wären gar nicht kriminell. Aber das Problem ist, es macht auch Spaß. Es ist so komisch. Es ist auf jeden Fall so. Also, ich habe eine Idee. Ohne, dass wir uns jetzt hier unnötig in irgendwelche Bredouillen bringen, würde ich behaupten, dass wir morgen einmal Essen und Trinken bestellen beim Miros etc. Sie bekommen von uns heute ein wenig Fressalien. Und was kann man immer gut gebrauchen, gerade wenn man zum Beispiel auch so Sachen wie Boosting macht? Dietriche. Oh ja. Und die haben wir eh so. Oje, und dann würde ich nämlich sagen, bekommen Sie von uns ein paar Dietriche und Essen und Trinken. Ja, erst mal. Und dann müssen wir noch irgendwas in der großen Runde besprechen, weil das ist geisteskrank. Nee. Zumindest für diese Handvoll-Civis. Also, die liefern ja schon seit... Also, die haben ja alleine gefühlt schon unseren Munitionsbestand einmal geliefert. Also, das ist ja total heftig. Es ist... Sie sind absolute Goldstücke. Also, anders kann ich das gar nicht sagen, außer sie sind absolute Goldstücke. Und ich meine, wir sind ja auch super fleißig gewesen. Oh ja, wir sind scheiße fleißig. Wir haben das nochmal obendrauf gesammelt, was die uns gebracht haben und nochmal plus mehr. Aber trotzdem, das ist... Wenn wir so weitermachen, können wir spätestens übermorgen, also es ist ja schon Samstag, also spätestens morgen, auch Kajo das wieder vor die Füße legen und das wird sich so gut anfühlen. Wenn wir dir alles einfach früher wieder zurückgeben. Weil wir haben immer noch knapp anderthalb Wochen. Ich glaube, jetzt sind es noch eine Woche und zwei Tage oder so. War das nicht Sonntag oder Montag? Sonntag... Also, wir haben ab morgen noch eine Woche Zeit, unsere Schulden bei Kajo zu bezahlen. Ja, siehst du. Und weißt du, was das beste Gefühl ist? Keiner hat von uns gehofft, beziehungsweise keiner hat gedacht, dass wir das schaffen. Ja. Und es ist einfach der Beweis, wir schaffen alles. Ja. Und weh, das ist kein Ding, was wir auf Dauer hinkriegen, nicht in dem Maße, aber es funktioniert. Wir haben es bewiesen. Ja, wenn wir immer unsere Civis haben, die so für uns weiterarbeiten in der Frequenz oder vielleicht noch ein paar Leute finden und wenn uns eh langweilig ist, mal am Abend oder morgens uns eine Stunde hinstellen, dann können wir die Route gefühlt immer halten. Also, zumindest von dem Ding her, von dem Aspekt. Okay. Und dann können wir uns auch langsam auf unser eigentliches Geschäft wieder konzentrieren. Genau. Sowas wie heute zum Beispiel. Gucken wir mal jetzt die Pfeile rüber, bevor wir hier stecken bleiben. Äh, weh. Ja. Ich bin schon richtig zitternd in den Gräten, wenn ich hier stehen bleibe. Du bist einfach nur hyped. Wenn ich hier stehen bleibe und nix mache. Ja, das sowieso, verdammt scheiße. Ich brauche Toben nicht hier drin. Und dann mache ich mit Ruhand und ihm Human Centipede. Kennst du Human Centipede? No. Du kennst kein Human Centipede? No. Wirklich nicht? No. Google. Google das mal. Äh, weh. Mach ich gleich im Handy. Also, menschlicher Tausendfüßer. Human Centipede. Oh. Ich kenne Schlangenmännchen. Nee, das ist ein bisschen anders. Weil die, das sind ja hier die aus diesem chinesischen Zirkus. Ja, genau. Aber das ist... Frag mal Alex, ich bin sehr unbewandert, was solche Sachen machen. Hast du dein Auto abgeschlossen? No, aber es steht hier, also was soll passieren? Da ist nichts drin. Wie sind wir am Diesel? Äh, Jake, wir fliegen eben drüber nach Gaio. So, dann lass mich mal gucken. Wie heißt das? Äh, war übrigens ein Witz, Google ist nicht. Es ist ein Witz, da ist übrigens ekel. Okay, dann google ich das nicht. Ich bin... Human Centipede ist sowas wie... Sowas wie Two Girls in One Cap? Was hat er gesagt? Ja, schlimmer, viel schlimmer. Oh. Da werden... Also, das ist eigentlich nur... Und da werden Menschen, deren Ausgänge vorn und hinten miteinander verbunden. Und dann kommt ein tausendmenschlicher Tausendfüßler raus. Oh, das war ich. Äh, achso, sowas wie hier Tentacke hinter... Noch schlimmer. Oh. Ja. Ich glaube, das war sogar so mal ein Film in den 1970ern, so mäßig so ein Psychothriller-Horror. Und, äh, der wurde aber sofort indiziert, weil der viel zu hart... Du, du weißt, dass ich von sowas Albträume bekomme. Alex schlägt dich, wenn er das mitbekommt. Okay. Ich sag dir ganz ehrlich. Ich hab auch bei meinem Vater, der hatte damals... Der hatte damals... Dein Vater hat das gemacht? Kennst du? Wie, ich kenn Premiere. Nein. Kennst du doch Premiere. Wie, natürlich. Und da liefen damals immer die ganzen Blockbusters und die... Wie? Wir brauchen ein Game. Wie viel? Du bist ein Zivilist, der Freund. Äh, wie wissen wir Bescheid? Wir fliegen eben nach Caillou, danach fahre ich wieder zur Bank. Warum ist das noch nicht Zivilist? Das ist hier. Hast du das verstanden? Nein. Kannst du Hochdeutsch sprechen? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Liegt das jetzt am Funk, oder...? Ja, es liegt am Funk. Wir sind zu weit weg. Gib uns fünf bis zehn Minuten, und dann sind wir wieder da. Okay, ich glaube, das hieß es, alles gut. Also, ich find's ja so schon schwer, von sie zu verstehen. Aber so ist ja unterirdisch. Wir sind übrigens schon wieder da. Können wir mal bitte... Können wir mal bitte... ...über nachdenken, was wir gerade für eine Streak haben. Das ist doch locker eine Siebener-Streak. Ui, 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 das ist ein Full House mit extra. Vorsichtig. Einmal fünf, fünf, sechs. Mittlerweile kriege ich wenigstens keine einzelnen Dietrichchen mehr. Ich weiß auch nicht, warum sie so viele Kisten da hinstellen, um einen Dietrich da drin zu verpacken. Neun Millimeter. Neun Millimeter. Wenn jetzt gleich wieder dieser Razzia-Ton kommt... Ne, dann krieg ich aber zu viel. Dann geh ich da rein und sag denen, die sollen wir aufhören mit der Scheiß. Dann scheiße ich mir auch einen. Ja, aber du kriegst eine Kugel. Darauf haben wir beide keinen Bock. No, haben wir nicht. Nichts. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich denke aber auch, dass es bei dieser Route einfach immer diese Peak-Zeiten gibt. Und sobald wir das Peak hinter uns haben, wird es erstmal wieder ruhiger. Okay, hier stelle ich gerade fest, das ist für mich sehr schwierig. Hier würde ich nicht fliegen. Ich sehe nur kleine Lichter. Jetzt war gerade alles dunkel, die komplette Stadt, ne? Hm, no, dunkel jetzt nicht. Ja, aber der Teil der Stadt war dunkel und man sieht quasi nur die Lichter am Boden. Weih, das ist auf jeden Fall jetzt hinter uns bei mir so. Ja, genau. Okay, dann liegt das nicht an meiner schutzigen Brille. Nee, nee. Nee, nee. gut geflogen danke er nannte er preis ist er in der breite er schreit ist die so zu sein und die wird in schnell wieder zurück so auf die flucht nun sind nur so aber bei zweiter bohr okay also die zivis wird ihn gleich noch ihre dings abgeben richtig ich glaube das war und er hat gesagt nein die gangster haben gesagt nein ich glaube die zwei von sie es tut mir leid aber ich finde das so schon schwer dich zu verstehen und so geht das gar nicht warum geht das jetzt weil ich nicht muttersprachlich deutsch bin und das ist langsam und deutlich okay ich habe gesagt ich möchte eine leberkisschrippel also eine 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 ein bulettenschrippel mit mustrich oh mein Gott ey Jungs wo habt ihr ein Typ steht wo ist das vorne das ist ein Wahnsinn ich habe mir auf Demo gefunden mit dem süßen Junge Frau wie war ziemlich verarschend na würde mir nie einfallen sehe ich so aus als ob ich sie ich habe mir gerade 10 Dollar in der Hosentasche geklaut wurden ja was tut ich nein ich weiß nicht ich liebe dich Opi ich liebe dich stimmt jeder hat ja immer zwei verschiedene Großeltern Paare nicht dass Helga und Helmut eifersüchtig werden müssen nein die müssen nicht eifersüchtig werden ich mag es nicht zwei das sind gut die Menschen die sind schon gut wie ja auf jeden Fall können wir so bleiben wie auf jeden Fall nur ihren Musikgeschmack müssen sie noch einmal überdenken ja ja der ist ja der ist schwierig ich würde mir nicht gerne die Uhren zu halten aber dann haut es mich auf die Fresse weniger pur und mehr Helene Fischer das würde glaube ich passen oh Gott pur das war noch die oh Gott das war doch der wirklich heller Mensch ich glaube wie der hat doch so lange Zink im Gesicht gehabt praktisch eine Haarknase irgendwie so gut ich packe eben mal die Munition weg und würde dann das Geld für die Zivis holen ja machen wir das und nimm die Dietrich und das Essen trinken das ist ja unten das kannst du auch in die Tasche packen ja wie viel denn ich würde sagen so 25 Dietriche und Essen trinken oh je so 10 bis 15 von jedem also nicht von jedem Essen und Trinken sondern so insgesamt 15 Essen 15 Trinken bis hin 20 Minuten bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Ich fühle mich nur etwas beobachtet. Wer beobachtet dich? Sag's mir! Ich bring ihn um! No, das wäre Selbstmord, das möchte ich nicht. Ich fühle mich von dir beobachtet! Äh, dann bin ich gleich wieder da. Wo fährst du schon? Ich hab doch gesagt, ich hole das Geld. Ach klar, das können wir da holen. Du bist doch ein bisschen senil geworden, kann das sein, Väterchen? Ah, aber das können wir da holen, wenn wir da hinfahren. Ich hab schon wieder kein Wort verstanden. Carlos, bitte pass auf ihn auf. Das können wir ja. Ja. Haha. 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 Ja. 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 Also... Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also ist es gut, aber es ist viel. Ja, was? So macht das die Jugend, Omi. So macht das die Jugend. So macht das die Jugend, Omi. So. Sagen wir mal, was geht zum Auswerfen oder was? No, das nicht, aber weißt du, was das Gute daran ist? Was? Wenn wir das jetzt ankaufen und verarbeitet haben, dann müssen wir nicht mal in den Lagerbestand, um unsere Schulden zu bezahlen. Was? Ehrlich jetzt? Weh. Geil. Und die könnten wir, wenn wir es verarbeitet haben, vielleicht sogar schon Sonntag bezahlen. Sonntag schon? Weh. Eine Woche vor Ablauf der Frist. Ach gut. Ich hoffe, ich bleibe nicht weiter so flüssig. Ich hoffe es auch. Es ist so gut. Bist du bekifft oder wo? Ja, ich glaube, das ist ein Freudentanz. Ich bin immer heiß, sagt Mann. Heiß. Okay. Egal welche Pillen du nimmst, du solltest dich neu einstellen lassen. Ja, der läuft nicht mehr ganz rund. Was ist das mit Gallus? Ist ja eingeschlafen. Ja, der schnauft schon seit einer halben Stunde. Ich hoffe, jetzt war mir allein zu verlassen. Aber wisst ihr was? Also, Fonsi, du bist ja auch schon lange dabei. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir aktuell zwar sehr, sehr viel um die Ohren haben. Ja, ich bin schon graue Hose. Bin ich dabei. Aber wir sind endlich an einem Punkt angekommen, wo es funktioniert, was wir uns vornehmen. Weißt du, dieses Gefühl, etwas richtig zu machen, obwohl keiner an dich geglaubt hat. Es ist ein gutes Gefühl. Ja. Ich glaube, ich weiß, wie man das nennt. Stolz. Und das können wir auf jeden Fall... Also, gerade gerülpst ist ja ekelhaft. Ich gehe zu Carlos. Nein, ich habe Stolz. Weißt du, du hast gestult. Ich habe Stolz. Oh, ich glaube, das war gut. Ich brauche einen Proteinshake. Proteinshake, bitte. Braucht, braucht ein Züpfel in ein Ohlsch. Ohlschloch, der aufdruckt. Vielleicht geht doch einfach eine Kerze. Da, gesteckt man Kerzen in ein Ohlschnecke mit. Okay, ja, Kerzen kriegst du in ein Ohlsch. Ich habe hier eine Kerze. Variante oder eine der Beispiele? Ich habe Gendi. Oh, äh, ich habe viel, ja. Wollen wir dir mal deinen Räumer aus dem Körper brennen? Ich bin da eigentlich geworden. Aber das sind die Lache nicht. Geh weg. Geh weg, wo wir. Aber da bin ich nicht. Dann halten wir mal. Nee, ich bin mal. Ey, hatten Sie was gesagt, wann Sie jetzt kommen wollten? Wir sollen hochkommen, weil die haben doch das Lager da oben direkt an dem Kupfer. Okay, dann... Und Marc möchte noch ein bisschen sammeln, weil der findet das gerade unschön. Sein innerer Monk streikt da ein bisschen. Okay. Der möchte erst mal noch 2000 sammeln. Und die anderen beiden sind aber so circa in einer halben Stunde sind die... Okay, weil ich würde nämlich super gerne langsam ins Bett gehen. Nein. Wie, nein, doch? Was? Was war's? Was ist denn los? Nee, aber... Aber wir müssen trotzdem noch kurz hoch. Oui, deswegen war jetzt die Frage. Dann tauschen wir eben das Auto... Die brauchen jetzt nicht noch anderthalb Stunden. Wir haben jetzt hier auch wieder dreiviertel Stunde gequatscht. Also passt. Dann tauschen wir das Auto. Ich habe ja dein Pony. Oh, das war mal. Was für ein Pony? No, das ist so ein Transporter. Weißt du, mit dem Helga und Helmut die Auslieferung machen? Ach, das Ding. Ja, aber... Wir wissen das. Gewichtstechnisch. Äh, ich glaube, das geht. Ja. Äh, nach Adam Riese 40 Kilo. Wie, also das ist halb so wild. Oh, das gehen wir mit dem Schokoladen vor. Wie, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Privat. Das machen wir nicht. Ähm, ja, ja. Also, wir fahren eben zur Garage, tauschen das Auto gegen den Pony. Dann können wir den hier auch ausladen und dann passt das. Oh, ja, so machen wir es. Machen wir es. Auf geht's, Bock. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Leute da reinpassen. Ja, vier Stück. Da, äh, die können hinten durch die... Wee, stimmt. Die können hinten im Lieferraum sitzen. Wee, dann könnt ihr die Sachen festhalten. Da sind so, wie so Bänke. Wee, dann. Ja, genau. Audi-Bänke sind was für euch. Sind's vorne. Wee, kannst du auch fahren, wenn du willst. Nein. Ne, lass den Opi nicht fahren. Ach du Scheiße. Besser nicht. Ist das eigentlich der Audi? Wee, ist er. Er ist schön, oder? Heli? Warte, Heli. Warte, warte, warte. Jetzt ist er. Er fliegt weiter. Er gehört mir die Cover. Er ist meiner. Der hat eh schon den, fahr einfach gegen. Also, der fährt sich sehr, sehr gut. Ich hab bisher auch nur die Bremse machen lassen. Ohne Tuning geht der auf 360 hoch. Dann hat er es. Mhm. Das war so jetzt nicht geplant. Die Bremse hast du gemacht, die geht nicht zu dir, der gar nicht. Guck mal, da ist es. Wie, jetzt überleg mal, wie die Bremse vorher war. Der ist echt schlecht. Also, ich fahr den eigentlich ganz gern. Nö. Ja, was heißt denn, na ja. Da freu dich mal auf den Pony. Ah, jetzt kotzt der wieder. Ist ja unfassbar. Ja, weil die mal so schlecht auch noch fallen. Bitteschön. Wo müssen wir denn hin? Äh, Kupfer würde ich jetzt erst mal sagen. Okay. Du wolltest vorne sitzen. Du wolltest vorne sitzen. Jawohl. Der ist nicht getunt. Der ist gar nichts gemacht. Zum Postabend. Ist unser Lieferwagen für die Mobile-Lieferung. Aber warum denn zum Postabend? Das gibt's doch nur seit 30 Jahren nicht mehr. Oh, oh. War jetzt ganz schick, finde. Ich fand das passend. Aber es ist in Familienverband, das war wichtig. Ich meine von sie. Er hat gesagt, wir müssen zum Postabend. Welches Postabend? Ja, ich hab' gesagt, wir sind das Postabend. Wir sind das Postabend. Ja, genau. Wir sind an der Post. Die Post ist da. Und gewann Geräte auch. Opa, mach mal deinen AOK-Shopper aus, der ist so schwer. Ja. Dein, dein Gehstopp da. Dein AOK-Shopper, hat ich gesagt. Der AOK-Shopper da. Nee. Kennst du auch den Rentner-Bursche? Ja. Ja, der ist super. Der hat vergrubt den Bremsen. Oh, jetzt geht's bergrunter. Yay. Eingeklappte Spiegel und ab geht's. Ja. Also, rennen würde ich damit jetzt nicht fahren. Ja, warum dann nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, allein mit einem Bobbycar wärst du schon schneller. Ah, nee. Das glaub ich nicht. Ja, komm schon. Ich schreibe mal kurz, der ist nichts. Ja, mach mal. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Aber nicht kurz, dann bitte. Na, 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 na. Hast du in der Vortechts schlimm? Du kannst dir alles voll, das kannst du aber drücken. Ich mag sie nicht raus, hörte. Guck mal, ne? Äh, weh, weil die Cops ja grade bei Schießpulverfahren. Ey, die werden in dieses Schaltpunkt reingesetzt. Ich nicht. Ich? Kannst du rausnehmen. ich bin natürlich warte kurz die kopf war aber schießt rüber ja die fahren jetzt immer öfter aber auch zu komischen zeiten wahrscheinlich zu den zeiten wo sie wissen dass bei den drogen nichts mehr los ist ja genau aber ja noch mal eine bank machen ja oder sex einer macht hier der andere da unten der andere da wir sind ja viele leute und wenn einer gecached wird dann die anderen trotzdem freigefahrt wir haben ein bisschen für verwirrung sorgen weil die verwirrung ist auch verwirrt ja guck mal es passt doch gut nicole so schreibt mir gerade erst er wäre fertig und abholbereit ja perfekt die jungs muss man gefühlt aufwiegen in gold damit wir das alles wieder gut machen absolut kennt ihr diese große goldstatue aus dem ereborn die nie fertig geworden wie die müssen wir noch gesteilt eingehüllt war die nicht in der umgestellten ja genau aber wisst ihr was viel geiler war die scheiße geschmolzen ist in der ganze boden danach gold war das war scheiße cooler gänst du die geschichte die sie mal er hat sie in london mit diesem neuen vollverglasten haus wo dann der terror der anderen straßen seite aufgegangen ist weil die spiegelung sehr einfach die spiegelung war zu heiß und hier da ist es selbst der auto lacht also nein denn das auto blech ist geschmolzen ne ja ja da tü 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 die post ist da hallo hauptsache spaß bei der arbeit wir haben gehört sie haben post für uns die jahre natürlich in diesem nirgendwo dass sie kommen die in den europäischen klicken einladen damit morgen bei 9 uhr beide könnten sind naja ich bin aber über die märkte da müssen die kommen rückwürdig sind die hohen wir haben natürlich 50.000 einheiten kupfer und schießpulver jeweils verkauft aus koks ich hab kein koks ich bin ein heuschnupfen allergiker das macht sich immer nicht so gut ja also wie können sie ohne probleme kayo ausbezahlen also die hier von sentinel das sind absolute tiere was das sammeln angeht ich hab dir gerade nicht zugehört entschuldigung ok es ist gut dass du dir selber auch nicht zuhörst ja guck mal wir haben für opi hier neue reifen hier was damit fährt dann vielleicht schneller wie könnte die meinen richtigen rollator nicht nur so ein giech zeug da bauen opi was hältst du davon sollen wir dir hier ein fahrrad ausbauen das da ist es wie früher reifen werden überbewertet guck so sind doch hier wie zum einen das und wenn du dir anguckst mit den schaufeln kommst du überall lang das ist das ist wie mit schneeketten wie aber irgendwann haben wir vielleicht 8500 noch was kupfer und schwarzpulver 10.000 wie 8558 genau 8558 und schwarzpulver 10 ok dann sind das sammeln ich bin sehr schlecht mit zahlen zwei pro stück bitteschön ja perfekt wenn man geschäft gemacht und keiner kommt mit zahlen um zu da bescheidst du nicht die bescheidst du nicht da bescheidst selber was macht angel dahinter noch ah die sind wahrscheinlich jetzt an dem anderen lagern noch dran die anderen sind da drüben wir setzen sich nach vorne da ist das im ried und küsse ist bequem wie habe ich extra noch mal in den kühlschrank getan zum kühlen ich weiß du musst mir immer mal zu mir ich ich will gerne mal was brauchst aus aus da hat ob die linken bei den das ist so praktisch Aber ich habe letztens schon zu ihm gesagt, manchmal reicht das auch einfach mit einer Matratze auf dem Boden. Ja, das ist so eine alte Couch hier. Wie? Aber die sieht sehr bequem aus. Ja, sehr weich. Darf ich da mal rein und gucken? So, die holen wir mal, ne? Ja, muss die klingeln, glaube ich. Wie? Ah, wie? Da ist die Türklingel. Ah, verdammt, jetzt wollte ich ja mal gucken. Du willst gucken? Oui, ich wollte gerne mal einmal gucken. Ja, dann Dinosaurier auf den Schlüter, pass auf. Ja. Ah, jetzt. Oh, sind das Racingsitze? Ja, so in der Art. Hauptsache bequem. Einfach mal was gemütliches, ja. Und ich bin sehr beeindruckt, dass ihr wenigstens eine Schiebetür vor dem Klo habt. Das ist gut. Ist doch... Nicht nur vor dem Klo, auch hier vor unserem Wohnzimmer. Ach, das ist das Wohnzimmer? Ja. Ich würde einen neuen Fernseher kaufen. Ja, der ging kaputt beim Zocken. Wir haben gegeneinander FIFA gezockt. Ah, ich habe schon gedacht, Mario Kart. Ne, dann flog der Controller von Marke bis hier in den richtigen Fernseher und dann war der Fernseher kaputt. Na, aber so allgemein? Also, ich würde mich hier wohlfühlen. Ja, wohlfühlen wir uns, aber halt vom Platz her ein bisschen beschränkt. Oh je. Wir würden schon gerne ein bisschen ausleben, aber für den Zweck reicht das. Natürlich. Das ist wie so eine Montagewohnung, wenn man halt auf Montage ist und das reicht auch. Und im Endeffekt, wenn es dann soweit ist, werden wir sowieso im Pacific Bluffs einziehen. Ah, okay. Da haben wir uns fest vorgenommen. Hm. Und sobald die Barfirma dann aktiv ist, schauen wir auch, dass wir bei Pacific Bluffs alles umsetzen können, was wir gern hätten. Ah, perfekt. Dass wir es uns schön gemütlich machen können. Wee. Hört sich auf jeden Fall nach einem sehr guten Plan an. Ja, da haben wir uns schon ein bisschen was gedacht dabei. Mhm. Sehr urig da drin. Gefällt mir. Toll. Wee. Wenn du mal so ein Boosting-Tablet übrig hast, würde ich die abhauen. Äh, wee. Ich wollte sowieso demnächst mal wieder zum Würfelpack. Ja, sagst einfach Bescheid, wenn du mich hast. Wee, mach ich, mach ich. Okay. Die sind übrigens köstlich, die Apfelstrudel, ja. Also schlagt dich bitte nicht rum. Wir hatten auch schon einige Schlägereien. Ich weiß, ich hab selber ein Welk-Kinder-Datscher. Du hast meine Apfelstrudel genommen. Äh. Meine Apfelstrudel. Oh, soll es dir einen Apfelstrudel hergeben? Das ist so wahnsinnig. Ich kann, warte. Ich teile sehr gerne meinen Apfelstrudel. Geh mir die Kraft an, naja. Die ist auch schlug, die sie brauchen. Okay. Hey, Jungs. Ich möchte euch nochmal sagen, ihr seid die absolute Spitze. Wisst ihr das eigentlich? Ihr seid absolute Maschinen. Ihr müsst wirklich nicht so viel sammeln. Aber wenn ihr das mit Herzen tun und euch es eh Spaß macht, dann ist das total geil. Ja, das sowieso. Wir würden auch echt mehr tun, wenn wir mehr tun könnten, aber uns sind die Hände gefesselt. Wir helfen doch gerne. Wir unterstützen, wo wir können. Und wenn es euch gehofft ist, ist es uns auch geholfen. Wir haben noch eins. Also die anderen Arbeiter, auf gut Deutsch, können sich erstmal eine Scheibe von euch abschneiden. Weil wenn die auch so arbeiten würden, dann ja. Ja, 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 ja. Ja, auf das. Also es gibt Preisliga und dann gibt es Champions League. Und irgendwo, wo der Mond ist, da seid ihr dran. Und jetzt haben wir ihnen erstmal für drei Tage Essen gegeben. Seht ihr das? Vielen, vielen lieben Dank für das Lob. Nehmen wir gerne an. Ja, vielen Dank an euch. Der kieft doch, ne? Der Mond. Dann kann ich den Mond wieder sehen. Zu der Kiefer. Man löchert euch das Dachschießen hier. Also was die Boosting-Tablets angeht, da kümmere ich mich morgen. Morgen auf jeden Fall drum. Das kriegen wir hin. Guck mal, wer kiffst du oder was? Was, ich kiff doch nicht. Siehst du aus? Nein, ja, doch. Ja, bitte, was benötigst du? Er ist komisch, wenn er nicht kifft. Oh, das ist ja mehr kiffen. Wo siehst du mir am Boden? So, dann lass uns doch mal zum Schießpulver da nochmal gucken. Oh, ja, das ist so geredet. Also ihr Lieben, vielen, vielen, vielen Dank. Oh, schön, das ist so geredet. Und wir sehen uns bestimmt morgen. Ja, auf jeden Fall. Seid die Besten, wir sehen uns. Bis morgen dann. Macht's hübsch, Jungs. Super. Lass uns nicht stehen, ich mein Schild. Ja, ich mach das selbe. Jungs, das ist auch super. Bis das ist okay. Gibt's nicht so früh. Hast du die beiden genau bezahlt, ja? Ich habe sie natürlich genau bezahlt. Sehr gut. Hast du so viel dabei, Jungs? Äh, ich war, ich hatte, äh, ich war vorhin extra bei der Bank und hab mir ein bisschen was mit Puffer runtergezogen. Sehr gut. Ach, die sind einfach wirklich solche Goldstücke. Aber warum machen die das? Was haben die da? Es gibt Leute, denen macht das Spaß. Es gibt halt Leute, die gehen da drauf, farmen und, äh, machen am Handy irgendwelche Papierkram. Weh, oder, spiele, äh, gucke Netflix dabei, oder, oder, oder. Das kann man was dafür geben. Die Jungs haben das so verdient. Das sind so, das Problem ist, die werden in der Stadt nicht so klarkommen. Ja. Ja, das Problem ist, die werden als Familie in der Stadt nicht so klarkommen, weil die sind viel zu lieb. Äh. Die sind leider viel zu lieb, Mann. Das wird, glaube ich, ein großes Problem. Aber, wir können sie so weit unterstützen, wie wir das halt können. Und sei es, dass wir ihnen dann am Ende halt vielleicht auch so was wie Schutz geben können. Weißt du, so beziehungsmäßig. Sie stehen dann einfach unter unserem Schutz. Ja, ja, stimmt. Ist der Airbag nicht ausgelöst. Hast du dir dein Knie schon wieder herangeschlagen, Opi? Natürlich. Jetzt war der Vorgänger sauer. Aber eins muss ich dir nochmal sagen, Anche. Wenn du das nächste Mal an diesen Apfelstrudel gehst, ich habe ein Messer in der Tasche und ich werde es benutzen. Und zwar nicht, um den Auffütteln zu schneiden. Richtig. Eine Zwerdzone. Ich nutze dir einen zweiten Vorschlag. Äh. Wobei es ein drittes ist. Ah, guck mal, da steht der Markbach. Ja, ja. Und das war da. Warte, warte, warte. Mach das Messer weg. Schön, ey. Schönen guten Abend. Die Pust ist da. Guten Abend. Und wir kriegen keine Geschenke. Er hat sie in die Tablette nicht bekommen. Hier, Opi. Küsschen. Damit du mal klarkommst. Ob ich was habe? Na, gucke. Geschenke. Geschenke. Geschenke? Ich habe ein Geschenke. Ich hätte Schoko, Erdbeeren und Bubble Tea. Noah, wir reden eher von Schießpulver. Schießpulver oder Kupfer? Ich will Schoko, Erdbeeren. Ich will Schoko, Erdbeeren. Später. Später tatsächlich. Ich habe mit... Ich habe mit dir eben telefoniert. Okay. Ja, das ist richtig. Er hat gesagt, er möchte noch von einem 5.000-Pfelsammel ganz in Ruhe. Oui, alles gut. Ähm, dann, weil... Warte, wenn das beides 5.000... Ist einer von euch... Ich habe noch Geld. Okay, dann machen wir einfach morgen die Abrechnung. Weil ich muss wirklich ins Bett, wenn wir das ausgeladen haben. Aber hier auch nochmal ganz, ganz großes Dankeschön für alles. Kein Problem. Bei euch im Lager, wir haben ein bisschen, äh, was zum Naschen mitgebracht. Okay. Nashi, Nashi. Apfelstrudel. Die sind super lecker. Habe ich tatsächlich noch nicht gegessen hier. Und die sind super gut. Und es... Es tut so eine Freude, sie abzugeben. Oh mein Gott, sie weint. Oh, no, no, nicht weinen. Also wird es Zeit zu fahren wieder. Wee. Okay, also... Abrechnung macht dann Angel. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Okay, bis morgen. Bis morgen, ciao. Oh, wenn du ins Norden hast du den Strudel verkauft. Bleib sauer, Buur. Schlag mich jetzt bitte nicht. Okay, die Fahrt ist lang. Wie? Ich gebe mir Mühe. Ich glaube, ich habe alle genommen. Du hast alle genommen. Das kann doch nicht sein. Du hast alle genommen. Alle Apfelstrudel. Nein, ich werde jetzt nicht weinen. Wir bestellen morgen Essen. Kandal vor Leise. Ich heiße Cheyenne. Pass mal. Cheyenne Mercedes nicht vergessen. Nee, ich mag keine Doppelnamen. Ich bin der Harvey Dias. Oh Mann, jetzt ist die... Jetzt ist die... Och Mann, oh. Was denn? Flugzeugabsturz auf Kayo. Das ist doch kacke. Den hätten wir gebraucht. Auf geht's. Wollen wir noch Kayo? Ich kann das auch mit dem Ausladen und alles machen, weil ich muss wirklich ins Bett. Ich bin da da, die Prost ist da. Da ist er ja gleich so. Da ist er falsch gefahren. Kannst du gleich mit Opfer von dir hinfliegen? Mit Opfer hinfliegen? Natürlich. Dann greifen wir noch ins verdammte Joystick. Verdammt. No, das kann höchstens sein, dass sein Gehstück sich da drin verfängt. So fahr ich falsch. Ich war gleich rechts. Ja, du kannst ja da oben rechts fahren. Ja, ist doch in Ordnung. Jeder wirkt nach oben. Und alles Geld in meine Hosentasche. Deine Hosentasche hast du nur dein Gebiss, aber nicht. Woher willst du das wissen? Weil du immer Fusseln am Mund hast. Wo sollen die denn sonst herkommen? Oh, was denn die Hosentasche schweren? Oh shit, bitte. Oh shit. Oh shit. Jaja, Opi ist halt ohne Naschkatzen. Wollt. Das sind keine Rosinen, Mann Jungs. Dummy Baby. Das sind besonders lange eingelegte Rosinen. Ekelhaft. Wiederhören kann es wieder nicht. Die besonderen Rumrosinen. Ich würde gerade sagen, die sind so lange da, die haben schon Prozente. Jetzt habe ich schon die ganze Geschichte. Edelrosinen, oder was? Hast du gerade gekotzt? Ja. Ich habe da komische Geräusche gehört. Alaa. Aber du hast nicht schon wieder... Kann jemand nachher, Opi, bitte die Windeln wechseln? Ich mag das heute nicht mehr. Ich habe schon dreimal. Ich mach das nicht. Lass ihn doch in seinen... Ob die Goldnose. Opi, Opi, Opi ist die beste Bio-Hafer-3-Presse. Ja, das ist gut, ey. Oh, ich fährt die Scheiße zu. Opi, du kannst heute selbst duschen. Ich fass dich nicht wieder. Weil du kriegst nur wieder einen Halbharten, wenn ich dich unten anfasse. Das sieht immer so komisch aus, wenn er das hat. Ich kläre das eben mit George, dass er das unten hintut und so. Ihr könnt ja nach Kajo rüber. Pau, sag mal, willst du mich auch glauben? Bitte wasch mich. Wasch mich! Heute nicht mehr. Oh, Mann. Opi, bist du nicht jetzt hier oben gekommen? Oh, ich bin hier oben, ich bin hier oben. Ich komme doch. Ich komme doch. Veronica, der Linde. Eine Packung Kupfer noch. Wagen ist leer. Da haben wir erstmal was zu verarbeiten. Wee, aber das ist gut. Ich fahr eben kurz den, äh, Postwagen nochmal wieder in die Garage. Ja, schick. Hast du dem Sir das Geld gegeben? Weil der hat gerade gefragt, ob das Essen die Bezahlung ist. Äh, no, ich hatte das, äh, seine, hier dem Mike gegeben. Dann ruf ihn bitte mal an und stell das bitte klar, weil sonst kommt das nicht so, äh, sonst kommt das ziemlich gut. Äh, äh, äh. Eine Fotoschöne. Salut, hier ist Nicole. Äh, wegen der Überweisung, das hatte ich, äh, an den Mike vorhin überwiesen, der mir gegenüber stand. Ah, okay. Wee, der, der hat von mir die 40k bekommen. Oh, okay, ja, von, von seiner Lieferung, Fragezeichen. Äh, äh, warte, 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 jetzt muss ich ganz kurz überlegen, äh, wee, wir hatten zweimal das, zweimal das. Okay, ich komme gleich nochmal, ihr seid ja noch oben, richtig? Ja, genau, wir sind noch, kein Problem. Okay, okay, perfekt. Äh, gib mir fünf bis zehn Minuten, dann bin ich nochmal da. Ja, ja, kein Stress. Okay. Ja, Zeit, wir sind sowieso da. Okay, perfekt, dann bis gleich. Bis gleich, ciao, ciao. Bis gleich, ciao, ciao. Bis gleich, ciao, ciao. Bis gleich, ciao, ciao. Bis gleich, ciao, ciao, ciao. Ich glaube, der Funk geht nicht ganz rüber bis Caio. Bis gleich, ciao, ciao. Bis gleich, ciao, ciao. Bis gleich, ciao. Bis gleich, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ją, ciao, 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 ciao. Ich habe etwas, womit wir uns bedanken können bei Ihnen. Sie hätten gern eine Tabelle für Ihre Wochenbilanz und das Ganze ein bisschen hübsch mit Mindestbestandauswertung und so weiter und so fort. Natürlich. Aber nicht mehr heute. Opi, weil ich müde bin. Okay, das sage ich nicht. Ich habe übrigens eine Überraschung. Oh, oh. 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 Was? 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 Nicole, wo bist du nun? Gerade nochmal an der Garage mein Auto einparken und dann gleich eben anweseln. Okay. Du hattest ihn aber jetzt angerufen, dass Mike das Geld für beide bekommen hat, weil er hatte mir eine halbtraurige, aber ganz liebe Essex. Ich war gerade nochmal oben bei ihm. Okay, Subi. War ein kleines Durcheinander. Ich hatte Mike seinen Anteil gegeben, allerdings den von Sir hatte er nicht bekommen, weil mir nicht bewusst war, dass das zwei Anteile waren. Ach so, also hatten wir Sir doch nicht bezahlt aus Versehen. Check. Ja, wenn du es ihm nochmal jetzt richtig überwiesen hast, ist doch alles in Ordnung. Oh, this is fucked up, man! Was? 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 Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Wow. Und, man. ich habe ein geschenk ich sehe ich gar nicht aber ich glaube das sind meine probleme gerade ein geschenk jetzt sehe ich noch weniger ich glaube das geht gar nicht okay aber ich kann euch hören soll ich dir die von kupfer und so alles durchgeben oder das würde ich einfach wahrscheinlich dann morgen entweder kann das einmal anpassen oder ich passt das morgen dann okay da hat jemand schon den heli ausgeräumt das war wahrscheinlich hier die rough riders weil die war mit dem heli da aber der idiot hat vergessen die mittlere kiste auszuräumen und wir haben da noch mal die ganzen kisten was heißt blöd die sache ist halt die ich zum beispiel kann die kiste auch nicht aufmachen weil ich noch nicht die erfahrung habe ich aber auch nicht nein ich auch nicht muss bloß genau in der mitte komisch dran stehen ich habe ja genau nee nee das hat damit nichts zu tun du musst nur perfekt dran stehen und die kiste richtig angucken und dann geht es auch ich habe also ich meine ich habe jetzt schon ein paar heli abstürze und so gemacht aber jetzt auch nicht so viele also wahrscheinlich hängt es damit nicht zusammen also aber egal ich ins bett weil ich werde morgens relativ früh aufstehen wieder hoffe ich ich habe morgen noch einen termin aber dann wäre ich auch wieder da und dann können wir ja mal gucken dass wir ein bisschen was verarbeitet bekommen ich werde sammeln 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 ich werde ich lass mal das verarbeiten für morgen aus dem kopf dass bis wir morgen abend alle sind also das da werden wir morgen bestimmt bis bis erst mal bis wir noch mehr gesammelt haben weil das alle entschieden haben was wir machen vielleicht geben wir auch wirklich erst sonntag verarbeiten je nachdem was jetzt noch für bestellung oder so reinkommen ich würde jetzt das was wir im lager haben erst mal da drin lassen ja genau dann machen wir das so und dann können wir auch sonntag oder oder halt später einschätzen sonntag ist eine gute zeit können wir einschätzen ob wir vielleicht von den anderen noch was herstellen müssen oder voll in 862 gehen können und was wir morgen was wir morgen auf jeden fall machen können ist dass wir mal schauen ein paar boosting tablet zu besorgen ja das können wir machen ja für die zivis und und für uns ich glaube so viele haben wir nämlich gar nicht mehr ich glaube so viele haben wir nämlich gar nicht mehr wir sind ziemlich lau was du sagen eins habe ich verliehen das bekommen wir aber wir schauen einfach dass wir ein paar der boosting tablets für unser lager dann wieder haben so fünf oder sechs und auf jeden fall für die sentinets welche besorgen ich glaube ich bleibe einfach hier ok also bis morgen Ja, bis morgen. Schlaf die Milch da hinten.